Top 5 beste kleine Dosen mit Deckel Ich bin sehr zufrieden mit den Babymove Baby Bowl Aufbewahrungsbehältern. Sie sind perfekt für die Aufbewahrung von Babynahrung und sind sehr praktisch zu verwenden. Der hermetische Drehverschluss stellt sicher, dass die Nahrung frisch bleibt. Die Behälter haben zudem eine ideale Größe mit einem Fassungsvermögen von 250 ml und kommen in einem sechsteiligen Set, was sehr praktisch ist. Ich kann diese Aufbewahrungsbehälter sehr empfehlen, vor allem für junge Eltern. Ich war auf der Suche nach praktischen, kleinen Behältern für meine Salatsoßen und war begeistert, als ich diese To-Go-Dressingbehälter entdeckte. Die Deckel in verschiedenen, bunten Farben machen es einfach, die verschiedenen Soßen auseinanderzuhalten. Auch die Größe von 35 ml ist perfekt für eine kleine Portion Dressing. Ich mag auch, dass sie BPA-frei sind und somit sicher für Lebensmittel verwendet werden können. Sie sind leicht zu reinigen und stapelbar, was die Aufbewahrung in meiner Küche einfach macht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Kauf und kann es nur empfehlen. Ich bin wirklich zufrieden mit den Signora Ware auslaufsicheren Frischhalte-Dosen. Sie sind perfekt für kleine Mengen von Soßen, Dips und Gewürzen und ich finde es toll, dass sie luftdicht und Mikrowellen geeignet sind. Ich benutze sie auch gerne beim Camping, da sie nicht auslaufen und leicht zu transportieren sind. Der Deckel schließt sehr gut und ich habe keine Probleme mit Auslaufen oder Verschütten. Das Mini-Plastik-Dosen-Set ist eine tolle Ergänzung meiner Küchenausstattung und ich kann es jedem empfehlen, der kleine Mengen von Lebensmitteln aufbewahren möchte. Ich bin sehr zufrieden mit den Amazon Basics ABL 001 Glasaufbewahrungsbehältern. Die Behälter sind sehr stabil und haben eine praktische Größe von 150 ml. Die transparenten Gläser ermöglichen es mir, den Inhalt leicht zu erkennen, ohne die Deckel öffnen zu müssen. Die blauen Deckel sind leicht zu öffnen und schließen fest, um die Lebensmittel frisch zu halten. Ich benutze diese Behälter hauptsächlich, um Reste im Kühlschrank aufzubewahren und sie haben sich als eine großartige Lösung erwiesen, um Platz zu sparen. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin begeistert von den ASUG Mini-Vorratsbehältern. Mit 8 verschiedenen Farben kann ich problemlos meine verschiedenen Lebensmittel sortieren und jeder Behälter hat eine perfekte Größe von 120 ml, um genau die richtige Menge aufzubewahren. Die Behälter sind aus BPA-freiem Kunststoff und haben eine Größe von 5,7 x 5,7 x 3,8 cm. Ich finde sie sehr praktisch und empfehle sie jedem, der auf eine ordentliche und bequeme Art Lebensmittel aufbewahren möchte. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.